Tornado Stream! So, wir sind auf dem Gelände schon angekommen. Kurzer Test und ich fahre jetzt hier schon mal runter aufs Zigergelände mit dem Auto. Es ist schon Offroad. Keine Scheiße! Testaufnahme. Hier, Testaufnahme. Hier, da ist Mozart. Wie geht's? Alles gut? Hallo und herzlich willkommen zu Tornado Stream. Wir fahren jetzt Hammer 1. Wir sind angekommen hier. Mozart ist auch dabei. Hat alles am Start. Oh, da hinten kommt er. Hammer 1. Ich seh ihn. Krass, das ist er. Alter Schwede. Ich glaub, das ist er. Die machen vorher schon eine Fahrt. Guck. Geile Sache. Oh, und eingestiegen. Jawohl. Das ist das originale Humvee. So sieht das Ding genau aus. Die kannst du von in den Kärchern. Diese Einführungssonde ist nur dafür da, dass du merkst, wie das hier sich anfühlt. Oh, wie langsam musst du dich merken. Das machen wir gemeinsam. Geil. So, jetzt geht das mal in den Berg hier hoch. In den Berg hier hoch. Das ist gut, das ist gut, das ist gut, das ist gut. Jetzt wird hier ernst gemacht. So und wenn du merkst, der rollt zu schnell, damit der Bremse leist, ist zu verzögern. Die Bremsen sind giftig, das Gas ist träge, das wirst du gleich merken. Wenn du bergauf ein bisschen Gas geben musst, musst du tiefer reintreten, als du das kennst. Im Grunde einfach nur drücken. Das meine ich. Okay, da muss man aber erst mal wissen. Genau, den sag ich dir. So, wir haben jetzt diese Verschränkung. Da kommen wir, also man kommt locker ohne Sperre durch, wenn man das 200 Bar gefahren ist. Also ich denke gar nicht mehr darüber nach. Ich fahre mal durch und denke mir, warum hängen die hier immer fest. Jedes Mal. Deswegen fahren wir von Anfang an mit Sperre durch. Ich denke, man sehe einfach daran, dass die Spur, wenn ich die genau mittig fahre, kommt es in den rechten Vorderrad in diese Delle da oben rein. Vielleicht drüber. Wenn du jetzt reinfährst, ist ja zwangsläufig das rechte Rad in der Luft. Sobald das freihängt, haben wir keinen Vortrieb mehr. Ohne Sperre. Deswegen machen wir die jetzt rein. Und trotzdem fährst du beim Hochfahren so weit wie es geht links. Jetzt siehst du ja die linke Spur von mir da. Und da versuchst du da zu orientieren. Du kannst auch zur Tür rausgucken. Dann siehst du deine Radkante ja. Ja. Wenn du schön mit links fährst, passiert gar nichts. Fährst du zu weit rechts, wird es eine wahnsinnige Polterei. Machen wir jetzt HL rein. Also diesen Hebel mit der offenen Hand nach vorne drücken. Kräftiger nach vorne. Genau. Offen. Deshalb, dass die Finger nicht eng klemmst. Fältig. So und jetzt fahren wir durch und wenn wir oben sind, nehmen wir sie wieder raus zum Haar. Okay? Also langsam runter. Ja. Schön an der Kante lang fahren. Gut, das wird links. Trau dich. Jetzt Gas. Super. Langsam. Langsam. Das fährst rein. Sperre wieder raus. Okay. Okay. Die meisten trauen sich das am Anfang nicht. Weil du musst extrem an der Kante lang fahren und von hier drüben dieses Oh. Du hast nämlich das Gefühl, jetzt macht der gleich einen Abflug hier. Das ist echt eine Grabwanderung. Aber super gemacht. Weiter. Ja. Okay. Do. Demn ist das richtig. Oder wir fahren nicht hier. Das ist ganz lecker. Der ist ganz lecker. Der ist ein Lecker. Der ist mit links. Ein Lecker. Das ist richtig. Keinteraussch. Andreas. So eine Lecker. Weiter, weiter, langsamer, noch ein bisschen, 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 stopp, 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 bremsen. Ich sehe schon was du meinst, blick bergab. Sperre, raus, links runter, bremsen, links runter, wenn gerade gut festhalten, bremsen. Mach ich ab. Gut, lass ihn kommen, lass ihn langsam, komm, genieß es. Langsam runter, wir fahren geradeaus weiter und fahren durch die Birken wieder raus. Machst du sehr gut, jeder gerade stellen und langsam weiter, das war perfekt, Junge. Langsam, hoch. So oben rechts, nur ein bisschen, nur ein bisschen, ganz gut bleiben. Wir fahren geradeaus, wir fahren das Loch. Gehen wir es noch durch hier? Ne. Das war gut. Hab's geschafft. Ja genau, und das ist der richtige Einstieg. Auto ist noch ganz, wir hatten wirklich einen richtig schönen, spaßigen Tag. Das war wirklich regelrecht der Hammer, im wahrsten Sinne des Wortes. Hier noch schnell ein Fotoshooting. Ich möchte mich an der Stelle bei einigen Leuten bedanken, und zwar an erster Stelle beim Instructor Thilo Kübler, der mir gerade die Urkunde überreicht. Wenn ihr Bock auf H1 fahren habt, meldet euch bei den Jungs, der Link befindet sich in der Videobeschreibung. Dann als nächstes möchte ich mich bei meinem Freund Mozart bedanken. Er hat an dem Tag den Kameramann gespielt. Gespielt war gut, er ist fast aus der Karre rausgeflogen und seine Kamera ist total staubig gewesen. Und jetzt möchte ich mich zu guter Letzt bei den Leuten bedanken, die mir das ermöglicht haben. Und zwar meine Freunde. Kati, Tommy und Oliver. Ich hatte wirklich einen Hammer Tag. Und in diesem Sinne möchte ich mich von euch verabschieden. Macht's gut, euer Tornado. Ciao. Ciao.